Dies ist die Szenenvorstellung des HC Davos. Der HC Davos spielt im Eisstadion Davos. Das Stadion hat rund 7000 Plätze. Die Davoser Szene befindet sich im Sektor 1921. Dieser Sektor hat rund 1500 Stehplätze. Die Szene untergliedert sich in die Gruppen Blue Devils, Szene Davos, Young Supporters, Davos und Kategorie Davos. Fahnfeindschaften sind die Spiele gegen Lugano, Ambry, Rapperswil und Kloten. Vor allem gegen Ambry und Rapperswil sind die Spiele heiß umkämpft. Auswärts bringen die Davoser rund 150 Auswärtsfahrer mit. In der laufenden Saison konnte man vor allem in Rapperswil und Zürich stark aufbieten, als man mit rund 700 Mann konnte überzeugen. Achtung! Wir brauchen dringend Erfahrene, die uns ihre eigenen Erfahrungen und Sicht der Geschehnisse teilen. So können wir dann auch vertieft berichten. Meldet euch bei uns per Mail. Die Adresse ist in der BIO. Folgt uns für mehr. Folgt uns für mehr.